Musik Hi, ich bin Sebastian. Und ich bin Daniel. Und wir wollen euch heute zeigen, wie ein duales Studium bei Europas größtem Zeitschriftenverlag, bei Gruner und Jahr, so abläuft. Ihr seid fasziniert von Medien? Dann seid ihr bei uns heute, glaube ich, genau richtig. Schließlich sind wir die journalistische Heimat von so bekannten Marken wie Stern, Brigitte, Gala, Neon, National Geographic und Geo. Die meisten dieser Titel entstehen am Hauptsitz, direkt hier am Hamburger Hafen. Aber auch an anderen deutschen Standorten sind wir vertreten. Berlin, Dresden, München, Stuttgart. Und als international tätiges Unternehmen kann man uns praktisch überall auf der Weltkarte finden. In der Medienlandschaft ist derzeit äußerst viel los. Die Nutzer gehen mehr und mehr ins Internet und unsere Medien müssen da natürlich folgen. Dementsprechend ist hier gerade eine Menge in Bewegung. Wir stehen vor großen Veränderungen und da dürft ihr natürlich nicht fehlen. Darum nehmen wir euch jetzt mal mit und zeigen euch, was es bei Gruner und Jahr alles Spannendes zu entdecken gibt. Am besten fangen wir mit den aktuellen Dualis an und lassen die mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hi, ich bin Jana und studiere im zweiten Semester BWL bei Gruner und Jahr. Ich konnte schon viele interessante Erfahrungen sammeln und komme wirklich gerne hierher. Man darf auch eigenständig arbeiten. So konnte ich an vielen Projekten mitwirken und meine eigenen Ideen einbringen. Man lernt auch viele interessante Menschen kennen, die einem alles beantworten, was man wissen möchte. Und man lernt alle Abläufe kennen, was wirklich sehr interessant ist. Denn es ist ein tolles Gefühl, wenn sich am Ende alles zu einem großen Ganzen zusammensetzt. Ich gebe weiter an Peer. Hallo, ich bin Peer, 22 Jahre alt und studiere Dualwirtschaftsinformatik bei Gruner und Jahr. Ich fühle mich besonders wohl bei Gruner und Jahr, weil ich immer weiß, ich kann mit all meinen Sorgen und Problemen zu meinen Kollegen kommen und mir wird immer geholfen. So habe ich ständig das Gefühl, mich weiterentwickeln zu können und deshalb weiß ich, dass Gruner und Jahr der richtige Ausbildungsbetrieb für mich ist. Ich gebe weiter an Veronika. Hey, ich bin Veronika und studiere BWL im zweiten Semester. Gruner und Jahr ist ein riesiges Medienhaus. Die Leute sind super nett, offen und entgegenkommt, sodass man sich von Anfang an gut aufgenommen und wohlfühlt. Für mich war das besonders wichtig, weil ich für das duale Studium extra von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg gezogen bin. Die Aufgaben sind vielseitig und abwechslungsreich. So war ich zum Beispiel schon im Anzeigenverkauf, habe verschiedenste Sachen in Rechnungswesen gebucht, Marketingaktionen mitgestaltet und ausgewertet, den Außendienst einen Tag lang begleitet und viele, viele andere Dinge. Wir Dualis werden oft und gerne in größere Projekte mit einbezogen und dürfen sogar eigene starten, wie zum Beispiel Gruner Meets Zeit. Da treffen wir uns mit dualen Studenten vom Zeitverlag und laden interessante Persönlichkeiten dazu ein. Allgemein werden unsere Ideen gerne angenommen und so gut es geht unterstützt. Gerade eben haben wir was von den aktuellen Dualis gehört. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt das Studium nochmal etwas intensiver an. Insgesamt dauert das Studium dreieinhalb Jahre, das heißt sieben Semester. Im Großen und Ganzen bedeutet das, dass ihr in den ersten vier Semestern quasi euer Grundstudium erledigt, im Semester fünften dann die Chance habt ins Ausland zu gehen und in Semestern sechs und sieben euch auf die Bachelorarbeit vorbereitet. Das Auslandssemester ist natürlich ein absolutes Highlight für uns. Für mich geht es zum Beispiel bald nach Kapstadt. Und ich hatte gerade das große Glück ein halbes Jahr in Buenos Aires verbringen zu dürfen. Die Zeit, die ich da in Argentinien hatte, war einfach großartig. Aber sag mal, haben wir nicht jetzt irgendwas vergessen zu erklären? Ähm, Steffi und David haben wir noch gar nicht gehört. Stimmt. Aber die müssten auch, glaube ich, gerade in Ravensburg sein. Ja, aber das macht ja nichts. Schalten wir einfach nach Ravensburg. Hey ihr zwei, da habt ihr uns fast vergessen, oder? Ich bin Steffi. Und ich bin David. Und wir studieren Medien- und Kommunikationswirtschaft in Ravensburg. Durch unseren Schwerpunkt Digitale Medien lernen wir hier neben BWL auch sehr viel über das Online-Business. Und das macht richtig Spaß, weil man es direkt bei Gruner und Jan im Job anwenden kann. Man merkt ja einfach an allen Ecken, dass sich alles um Medien dreht. Für kreative Fächer und Projekte haben wir neben PC und Mac-Räumen auch ein Fernsehstudio, wo wir schon Kurzfilme gedreht haben. Außerdem gefällt mir richtig gut, dass die Kurse so klein sind und wir einen direkten Kontakt zu Professoren und Dozenten haben. Ich würde sagen, damit gehen wir zurück nach Hamburg. Danke Steffi und David. So, und wir schauen uns jetzt einmal an, wer sich eigentlich um uns duale Studenten hier kümmert. Kommt mal mit! Hallo, mein Name ist Svante Ziegert. Ich bin hier im Hause die Ansprechpartnerin von den Dualis. Das macht mir besonders viel Freude. Das Besondere bei Gruner und Jan ist, dass die Dualis nicht nur ihre Pflichtstationen durchlaufen, sondern jeder die Möglichkeit hat, individuell mit mir regelmäßig abzustimmen, wo es denn hingehen soll. So lernen die Dualis ihre Stärken kennen und wir lernen die Dualis ein bisschen besser kennen. Jetzt gebe ich weiter an meinen Chef, Herrn Schind. Ich bin Adrian Schimpf, ich leite bei Gruner und Jan die Personalentwicklung und bin damit sozusagen Chef aller dualen Studenten. Wir haben drei duale Studiengänge, zwei mit der Nordakademie Elmshorn, einmal BWL Pur und Wirtschaftsinformatik. Und mit der Berufsakademie Ravensburg haben wir den Studiengang BWL mit Schwerpunkt Medien. Bei uns lernen Sie den praktischen Teil. Das heißt, alles das, was Sie wirklich in der Praxis wissen müssen, das kriegen Sie bei Gruner und Jan mit. Das gesamte Mediengeschäft, vom Anzeigen bis zum Vertrieb, über online, alles, was Sie wissen müssen. Damit Sie hereinkommen können, wenn Sie das wollen, was mich sehr freuen würde, sollten Sie kreativ sein, begeistert sein für Medien und Sie sollten nicht ganz auf den Kopf gefallen sein. Und dann wird das Zeit. So, jetzt habt ihr also einen Teil der Personalentwicklung hier bei Gruner und Jan kennengelernt. Im Verlag habt ihr aber auch noch einen anderen direkten Ansprechpartner, euer Mentor. Denn oftmals ist es ganz hilfreich, wenn man auch außerhalb von Abteilungseinsätzen nochmal jemanden an seiner Seite hat, wenn man eine Frage hat, wenn es um Probleme geht, aber auch um Perspektiven und Ziele in der Zukunft. Genau dafür gibt es das Mentoren-System. Kommt, schauen wir doch mal bei Sebastian und seinem Mentor Alexander Schwerin vorbei. Mein Name ist Alexander Schwerin und ich bin Verlagsleiter bei Gruner und Jan in Hamburg. Ich betreue seit anderthalb Jahren einen dualen Studenten, meinen Duali, mit dem ich mich alle sechs bis acht Wochen hier treffe. Dabei besprechen wir Dinge aus den Abteilungen, aus den Stationen, die er durchlaufen hat, Fragen aus der Universität. Und ich versuche zu helfen, versuche manche Türen zu öffnen und ihn zu unterstützen und die Zusammenarbeit macht viel Spaß. Jetzt haben wir euch also einen kleinen Einblick in das duale Studium bei Gruner und Jan gegeben. Aber mindestens genauso spannend ist doch die Frage, was kommt danach? Wie sind die Perspektiven? Und um genau das zu erfahren, fragen wir jetzt zwei ehemalige Andrea und Lutz. Hallo, mein Name ist Lutz Thalmann. Ich bin seit 2005 hier mit dem Studium bei Gruner und Jan fertig und arbeite seitdem bei der Financial Times Deutschland als Objektleiter für Corporate Publishing. Ich habe 2005 meine Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben und mache heute das, über das ich damals geschrieben habe, nämlich Kundenmagazine und elektronische Lösungen für Unternehmen. Hallo, ich bin Andrea Fischer. Ich bin 2009 mit dem dualen Studium bei Gruner und Jan fertig geworden. Und jetzt bin ich Business-Controllerin und Assistentin der Geschäftsführung bei Gruner und Jan Electronic Media Sales. Dort vermarkten wir Websites wie zum Beispiel Stern.de oder auch Brigitte.de. Das Studium an der FH Nord Akademie hat drei wesentliche Vorteile. Einer davon ist, dass man wahnsinnig viele Kontakte hier im Hause knüpft, während man hier arbeitet in den Studiumsphasen. Und ein zweiter ist, dass man einfach wahnsinnige Praxisrelevanz mitkriegt im Studium. Und ein dritter ist entsprechend, dass man für später perfekt gewappnet ist, dadurch, dass man eben alles miteinander kombinieren kann. Die Theorie aus dem Studium, die Praxis hier aus den Phasen während der Ausbildung. Wenn ihr also Spaß daran habt, immer wieder neue Leute kennenzulernen und interessante Medienprojekte auszuführen, dann bewerbt euch bei Gruner und Jan. Damit ist unser kleiner Rundgang bei Gruner und Jan leider auch schon vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch Lust machen auf ein duales Studium bei uns. Wenn dem so ist, dann seid doch einfach im nächsten Jahr dabei. Und werdet ein Teil unseres Teams. Werdet ein Teil von Gruner und Jan. Es ist egal, was du willst. Hauptsache ist, es macht dich glücklich. Es ist egal, was du willst. Hauptsache ist, es macht dich glücklich.